Pietro Lombardi beschimpft Fan auf Instagram, du bist genauso Müll Köln, Sänger Pietro Lombardi, 32, hat mit seinen Fans auf Instagram eine neue allwöchentliche Fragerunde gestartet. Allerdings kommt die Frage vom Musiker selbst, und er reagiert auf die Antworten seiner Follower. Gleich zu Beginn muss der 32-jährige Vater von drei Söhnen seine Gefühle massiv zurückhalten, und wird dann richtig sauer. Zum Start des neuen Formats stellte er die Frage, was ist deine geheimste Beichte? Pietro meinte dazu am Anfang nur, er sei nervös, was jetzt für Antworten kommen, versprach aber die Namen anonym zu halten. Die Zuschriften ließen nicht lange auf sich warten. Schon die erste hatte es in sich. Ich wurde in der Ehe betrogen, ich habe jetzt selber was mit einem verheirateten Mann, meiner Jugendliebe, schrieb eine Usierin auf die Frage. Das scheint den gelernten Pizzabäcker massiv zu beschäftigen. Plötzlich kommen ihm fast die Tränen, bevor er sich ein paar Sekunden nimmt und dann sauer in Richtung Kamera ruft, ehrlich. Du bist genauso Müll wie der Mann, der dich betrogen hat. Verheiratete Männer oder Frauen zu Daten, sei ein absolutes No-Go, so der Senorita-Interpret. Die sind vergeben, lass die Finger weg, bin wieder sauer, meint Pi noch. User Beichte weckt bei Pietro schlimme Erinnerungen an erste Ehe. Scheinbar löst Betrug und Verrat in einer Beziehung etwas beim ehemaligen DSDS-Juror aus, was er selbst gar nicht gerne hat. Kein Wunder, erst vor zwei Jahren hatte Pietro der Bild ein Interview gegeben, in dem er gestand, von seiner heutigen Ex-Frau Sarah Engels, 32, noch während seiner Ehe mit ihr betrogen worden zu sein. Das hatte Sarah später selbst auch zugegeben. In der Liebe zu betrügen, hat keine Erklärung verdient. Weg mit solchen Menschen, hatte Pietro dazu gesagt. Hieße ja im Umkehrschluss, dass er selbst niemals seine Verlobte Laura Maria Rüper, 28. Hieße ja im Umkehrschluss.